So, und die Mühle läuft. Einen wunderschönen guten Tag. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag. So, wir haben heute weibliche Verstärkung. Und sie, Heike, ist nämlich da. Sie ist nämlich die Gewinnerin unserer Preisausschreibung und holt heute ihre Gabor-Tasche ab. Jawohl, danke schön. Ja, Herr Vorhang, ich muss das ganze Ding nicht so in die Luft halten. Warum sollte es denn eigentlich die Gabor-Tasche sein und nicht der florale Blumen-Otto da? Warum also diese Tasche? Ich bin eher für schlichtere Farben. Ja. Hast du übrigens gerade, wenn man das mal so guckt, in seinem Jackett, oder? Wie die Farben? Ja, dann nehme ich ihn, aber gleich. Naja, ich meine, alles eine Frage ist preis. Oh, das klingt so ein bisschen, erinnert mich gerade an den Film Pretty Woman. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß mit dieser tollen Tasche. Dankeschön. War uns eine Freude. So sieht es aus. Und in dem Sinne wünschen wir natürlich allen, die hier zugucken, einen wunderschönen Samstag und natürlich ein schönes Wochenende. Gleichfalls. So, jetzt was sagen. Ciao. Bis dann, tschüss. Ciao.